Ey, was ein schöner Tag. Wie schön wäre es jetzt mit einem Mädchen Hand an Hand Richtung Sonnenuntergang? Einfach ein Mädchen? Was will man mehr einfach ein Mädchen? Einfach ein Mädchen? Oha, Alter, was geht ab? Ey, ich klär dich. Ey, was geht ab? Mein Wunsch ist in Erfüllung im Gang. Ey, was geht ab? Ey, ich klär dich jetzt. Du gehörst mir, ich komm, Alter. Hey, mein Name ist Talha. Ich hab dich grad von draußen gesehen. Ich dachte, komm, ich klär dich, weil du gefällst mir voll. Wie geht's dir? Mir geht's gut, aber... Ja, Mann, mir geht's auch gut. Dankeschön. Was machst du hier? Ich sitze hier und trinke, aber ich bin nicht alleine hier. Natürlich bist du nicht alleine, weil ich jetzt hier bin, Alter. Wer ist denn das da bei meiner Schwester? Ey, ich bin wirklich nicht alleine hier. Ich weiß, weil ich hier bin. Nein, ich bin wirklich alleine hier. Ich bin mein Bruder hier, aber gleich komm, geh weg. Mit wem bist du hier, Alter? Mit deinem Bruder? Ey, was geht ab? Was ist denn dein Auftraggeber? Meine Schwester. Das ist deine Schwester, also, ja? Ja, meine Schwester. Ein krasser Bizeps. Ist der echt, Alter? Ja, das ist echt. Krass, aber Respekt. Ja, zeig mal. Tschüss, Alter, was geht ab, ey? Das ist dein Bruder, wieso sagst du nicht gleich? Und was machst du jetzt hier? Ja, ich bin Detektiv. Was für ein Detektiv? Ich bin ein Fall hinterher. Auf jeden Fall ist hier ein Vogel entweder weggeflogen oder er wurde gestohlen und ich habe die Leute hier gefragt, also deine Schwester, ob sie auch sagen kann, weil ich brauche Zeugen, ob sie hier ein Vogel vorbeifliegen sehen. Ah, da ist einer. Ey, ich geh mal schnell. Da ist ein Vogel. Der einzige Vogel? Hier bist du. Komm mit. Meinst du? Alles gut, alles gut. Ey, haben Sie vielleicht einen Vogel gesehen, was hier weggeflogen ist oder was? Was für ein Vogel, ey? Willst du mir helfen jetzt dem Vogel? Oh, was geht ab? Hey! Oh mein Gott, der Arme. Was war denn das für ein Vogel? Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Wir haben über Männer geredet, oder? Nein, er saß einfach bei mir. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Na, wie weit? Ja, ich schwöre auf alles. Ich kenne ihn nicht. Die Diskussion hatten wir schon oft genug, ne? Was ist da? Was guckst du die ganze Zeit? Von wegen Deliktiv. Sie liebt mich. Sie liebt mich überhaupt nicht. Sie liebt mich richtig. Sie liebt mich... Als ob du gekommen bist. Doch, warum nicht? Ey, Alter, danke, dass du gekommen bist, aber du weißt gar nicht, was gestern geschehen ist. Was denn? Ey, dein Bruder, der hat mir nicht aufgegeben, hinterher zu rennen. Der ist mir zehn Kilometer lang hinterher gerannt. Zehn Kilometer? Ja, man. Einerseits war gut, weil ich habe Kalorien abgenommen. Andererseits war nicht gut, weil er hat mich einfach auf den Baum gejagt. Auf den Baum? Ja, Mann. Ich stand da drei Stunden auf dem Baum. Wie auf dem Baum? Drei Stunden, Alter. Der hat mich nicht losgelassen. Ich guck, der kämpft unten. Oh nein. Ey, ich glaub's nicht, aber egal. Und danach bin ich runtergegangen. Ich dachte, komm, schlag mich. Er hat mich geschlagen. Und danach habe ich diese Rosen gekauft für dich. Oh, wie süß. Hey, 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 hey. Was machst du hier? Hey. Was, hey? Nix, hey. Was machst du hier? Hast du jetzt eine Glücksschläge bekommen? Doch, hab ich. Ja, was mit den Blumen? Willst du meiner Schwester jetzt Blumen schenken oder was? Ja, nein. Wer hat geredet, dass die Blumen für deine Schwester... Warum hast du Blumen in deiner Hand? Ja, guck mal, wie trocken das hier im Gewicht aussieht. Was für trocken? Ja, ich wollte ein bisschen was für die Umwelt tun. Guck mal, wie schön das hier dann aussieht. Immer am Meckern hier darf man nix mehr tun. Guck mal, wie schön das aussieht, bitte. Was machst du überhaupt hier? Ich wohne hier. Du wohnst hier nicht. Doch, bei 10, bei 10... Willst du mich verhagen? Wir haben 1000. Du bist zu jung für einen Freund. Ich hab nix damit zu tun. Ich wollt einfach nur nach Hause gehen. Was? Wie kommt ihr zu uns nach Hause? Ich weiß es nicht. Ich hab nix damit zu tun. Ich kenn ihn immer noch nicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Los, komm. Hey Asli, ich bin Salha. Ist gestern noch was passiert? Nein, er hat nur ein bisschen rumgemeckert. Aber warte mal, woher hab ich eigentlich deine Nummer? Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich hier gerade in Noa Black Music. Komm mal vorbei, ich hab mehrere Songs für dich geschrieben. Ja, ich steh auf Musik. Ey, aber pass mal bitte auf, dass dein Bruder dir nicht folgt oder so, weil ich hab gar keinen Bock wieder auf Schläge. Keine Sorge, ich pass schon auf. Er wird nicht kommen. Ja, okay. Ciao, bis gleich. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann mach doch selber auf. Ja, mach doch auf einfach. Hey, du bist ja gekommen, mach doch die Tür auf, die ist offen. Bist du bereit für meinen Zauber, auf meine Stimme, auf mein Beat? Ja. Ja, dann komm mit. Seid mal. Hey, wir sind da. Yo, da. Alles klar. Ja, bei dir. Bist du mein Produzent, der gibt übelst die krassen Beats, deswegen setz dich hin und guck mal, was für Tracks ich gebastelt habe. Gib mal kurz ein Beatboard. Okay, pass auf. Ja, Mann. Der ist geil. Der ist geil. Der ist geil. Okay, nice. Ja, Mann. Ich geh rein. Ja, Mann. Nimm meine Hand und wir gehen Richtung Sonnenuntergang. Ja, Mann. Ja. Ja. Ha. Ja, Mann. Nimm meine Hand und wir gehen Richtung Sonnenuntergang. Mit Lammers' Klusen, wenn du dich dich trägst. Ja. Hörst du dich da? Wirklich? Nee. Was ist das denn? Okay, ja. Ey, was ist los? Ey! Oh, nee. Gefällt mir gar nicht. Es ist zu romantisch. Ich steh auf harte Männer, aber mach was schnelles. Ja, okay. Dann mach hart. Okay. Ich wollt den aggressiven, ha? Ihr habt den, Alter. Was geht ab? Ihr macht Sorgen, Alter. Ich drehe durch. Ja. Ich renne von der Polizei weg, da wo du nicht kannst. Ich renne von der Polizei und nebenbei kicke ich Oma weg. Ja. Oh mein Gott, nein. Du und ticke ich jetzt noch mal. Oh, nicht mein Bereich. Nein, gar nicht. Ist das auch nicht? Nein. Was ist los, ey? Ja, ich hab keinen Bock auf Gangsterrap. Kannst du nicht was singen? Hast du noch was da drauf? Ja, okay. Mach ich. Okay. Okay. Ah, ihr wollt es. Ihr wollt es, dass ich singe, ja? Wir fliegen Richtung Dubai und wir nehmen den Lambo und fahren Richtung Paris, ja. Fahren Richtung Paris, obwohl wir schon in Dubai sind, ja. Ja. Ja, ich weiß, es ist ohne Sinn, aber ich bin da. Ja, ey. Jetzt kann ich mich länger anhören. Was ist das für eine Scheiße? Weil der, warum denn? Ne, Mann. Er muss was Hartes machen. Das ist was für Pussis. Ey, Tala. Tala. Das war nicht so gut. Mach mal was Hartes. Ja, okay. Dann zeige ich euch mal den Aggressiven, Alter. Hast du, das ist ein Diss gegen deinen Bruder. Hörst du mich? Ja? Dann hör genau zu, wie ich deinen Bruder zerstör. Oh. Hat dein Beat eigentlich schon angefangen? Okay. Puh. Ja. Ich zappel wie ein Fisch. Im Studio genauso muss es sein. Und wenn dein Bruder reinkommt, klatsch ich aufm Tisch. Ja, genauso muss es sein. Hol ihn rein. Hol ihn, hol ihn rein. Ich geb ihm eine rein. Ja, genau so muss es sein, Bruder. Ja. Oh shit, mein Bruder. Schon wieder der Junge? Wem willst du eine reinhauen? Ah, nicht dir. Ich mein doch nicht dich. Ja, ja, komm, reicht es mit deinem Ausreden. Ich mein dem Bruder. Reicht. Reicht mit deinem Ausreden. Ich merke schon. Du meinst ernst mit meiner Schwester. Ja, natürlich meine ich das. Aber irgendwie, irgendwie hab ich Bock dich zu sch... Ja, gib gib. Nein, nein, ist okay. Hä? Ich wollte schon kämpfen, Mann. Ich geb dir eine Chance. Ja. Aber erst gehen wir beide trainieren und du musst dich als Mann beweisen. Okay. Meine Schwester braucht einen richtigen Mann. Okay. Okay? Ja. Okay. Hey Leute, ich hoffe das neue Video hat euch gefallen. Nimmt mein Rap nicht zu ernst, denn es war ein bisschen so, ja, die Beats und so. Ja, deine Ausreden, deine Ausreden, ist okay. Danke an Kevin, dass du dabei warst, Alter. Wir haben natürlich ein Video auf seinem Kanal auch gedreht, Teil 2, wie er mich trainiert. Link ist in der Videobeschreibung und ey, danke an dich, dass du dabei warst, ne? Ja, dein Instagram ist auch jetzt in der Videobeschreibung, ne? Und danke an auch, wie hieß diese Studie, wo wir gerappt haben? Ans Noah Black Music und ans Noah Black zur Verfügung stellen dieser geilen Location. Dankeschön und ciao, passt auf euch auf. Haha. Was ein schöner Tag, wie schön wäre es jetzt noch mit einem Mädchen Hand an Hand Richtung Mann, bitte, bitte finde ich heute ein Mädchen meines Lebens, eine Freundin. Komm, bitte. Ich will doch nur eine Freundin, bitte. Nur eine Freundin, Mann, bitte. Alter, ich habe ein Mädchen gefunden. Hey, ich komme sie jetzt. Ich komme sie jetzt, hä? Ich bin Teilhaar, fuck. Lass mal, ich bin Teilhaar. Ich bin alleine hier. Ja, ich weiß, weil ich hier bin. Krass, wa? Wieso lachst du? Oh, jetzt stamm ich mir. Von wegen Detektiv. Er hat mich einfach auf den Baum gejagt. Wie auf dem Baum? Ich stand im... Ich stand im Baum, Alter. Du warst einfach im Baum? Wie auf dem Baum? Ja, ich stand drei Monate... Hä? 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 Wie geht's? Hä? Hä? Oh, wow, ich hab schon mal. Da wurde mich... Da wurde mich... Da wurde mich auf den Stintas. Da wurde mich in Französischer. Es geht ab. Scheiss. Und jetzt Französisch. Ja okay, der Beat soll mal kommen, meinte, ich warte trotzdem. Baby komm, ich nehm deine Hand und weiß nicht mehr, mach die Kamera aus. Ich weiß nicht mehr, mach die Kamera aus.